Gleich jetzt über Ding! Ist sie da? War das wohl so groß? Ja, kann nicht so weit so groß. Wir haben mich hier anfangen zu gewöhnen, da haben alle so blöd aus. Ich bin reicher und die alle, wenn wir mich da hin und raus. Und ich färbe im Moment voll absteigen. Schön, gell? Ja. Also mein Typ ist nur bei der Chippendance-Gruppe. Die haben alle persönlich unterschrieben. Meine Schwiegermutter hat damals geschafft im Maritim-Hotel und sie hat mir gezeigt, eine schnelle Weg, wo die danach in der Bar gehen. Und ich habe mich alle erwischt. Und der eine, der mit dem Schlitz-Auge, der hat mit mir noch Griechisch geredet. Und ich war meine Schwägerin und meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter hat zu mir gesagt, nächstes Mal gehen wir ohne meine Tochter, gehen wir mir zwei. Wir haben so, wir haben so in Gaudi gehabt da drin. Ich glaube, das war drei, vier Jahre. Ich glaube, vor vier, fünf Jahren, ja. Ja, ich habe halt eine da drin. So, 35 Euro. ist zum Problem wie die Graci Restaurant, wenn es jemand ist ganz gefährlich. Jetzt amiten dasراhlen drei davon ist dann. Auf die andere Seite in der Jungs gratulierung. Selbst wenn man mit einem Hinblick auf dem Laden achten, wenn wir die Vocês nicht hier mögen werden, Vielen Dank. 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 Danke. 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 Danke.